Prost, wie es geht? Ja, wir halten ihn ein bisschen. Ist das ein Visionsmittel? Äh, warte, Maidje, ich weiß nicht. Kannst du kurz gehen? Äh, erstmal eine Kameratasche. Das ist... Oh, wo ist die? Der, geh kurz zum Bad zu uns einfach. Soll ich jetzt da hinten rennen? Ja. Aber auch wirklich rennen. Ja? Du hast, warte, wir timen. Du hast eine Minute 30 Zeit. Weißt du, wie weit das ist? Ja, aber du kannst doch rennen. Minute 30... Siri, stell mir den Timer auf eine Minute 30. Eine Minute und 30 Sekunden. Holy shit, bro. Wisst ihr, was das gerade ist? So stelle ich es mir vor, einen kleinen Bruder zu haben und den dann immerhin so Challenges reinzuforcen, was der so Sachen für einen erledigt, Digga. Ja, ja. Ich wette, du traust dich nicht für mich, beim Amt anzurufen. Ja, so sagen. Und ihnen zu erklären, dass die Steuererklärung ein Jahr später kommt. Sowas würde ich meinem zwölfjährigen kleinen Bruder sagen. Ja, doch, ich trau mich, ich laber das nicht. Boah, ich hatte immer eine kleine Schwester und die durfte immer nicht so verarschen, weißt du? Das war immer so ein bisschen... Aha, darf man nur kleine Brüder verarschen? Ja, so Schwestern sind dann so schnell so... Zumindest meine. Salty. Mal ein bisschen am rumbitschen immer. Digga, Styropor ist das beschissenste Material auf Erden. So, jetzt habe ich es gesagt. Kennt ihr dieses Verpackungsmaterial, was eher Styropor ist? Oder man denkt es, aber man kann es essen. Ah, dieses Maiszeug. Ja, das sieht so aus wie ein Styroporbimmer. Das ist geil. Okay, das ist alles in diesem Ding drin hier. Okay, wir brauchen noch eine Gaskartuschel, wie heißt es? Ich hoffe, die ist da drin. Die ist da drin. Willst du die einmal holen? Wo? Irgendwo da drin. Irgendwo da drin, ey? Im Regal, glaube ich, irgendwo. Okay. Andere Seite? Wir finden das. So viele Regale gibt es ja nicht. Ey, diese Garage ist so unfassbar zugewichst. Das glaubt wirklich keiner. Ah, da unten, glaube ich. Sag mal. Ey. Er hat noch neun Sekunden. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei. Ablatschen, ablatschen! Ablatschen! Oh mein Gott. Holy shit. Bro, jetzt war Time. Holy shit, du hast genau ein Time geschafft. Let's go. Bro, das war crazy. Du musst jetzt deinen Schweiß abwischen an deinem... Also, you know? Ja, du musst nochmal gehen. Du hast diesmal 1.40. Du hast 1.40 diesmal Zeit.